Hallo und herzlich willkommen bei Contag. In diesem Video werden wir Portainer ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Ich hatte ja schon mal eine Installation gemacht oder gezeigt wie wir das System auf einen Proxmox Server draufhauen mit Ubuntu und Docker natürlich und jetzt gehen wir in die Fortsetzung. Hat ein bisschen länger gedauert, ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber gut, dann schauen wir uns das ganze System mal an. Also, grundsätzlich haben wir das System ja auf unseren Proxmox Server installiert. Hier ist es also Docker-Protainer. So, das System läuft hier ganz normal. Zuerst hatten wir Docker installiert, Docker Compose installiert oder besser gesagt zuerst hatten wir Ubuntu Server installiert, dann Docker, Docker Compose und dann haben wir Portainer installiert, die Community Edition, also die kostenlose Open Source Edition. Klar, gibt es dann natürlich auch noch die Business Variante, aber für privaten Zweck braucht man da jetzt kein Business, für was auch immer. Gut, wir werden jetzt ein paar Kleinigkeiten gemeinsam machen. Portainer, für diejenigen, die es wissen, ist ja eine, ja, Web-Oberfläche, um seine Docker-Images oder Docker-Systemchen, sag ich mal, dazu zu verwalten. Wie wir hier sehen, habe ich hier ein System drin, steht auch drauf, lokal. Das ist ein System mit 8 Kernen, CPU-Kernen und 8,6 GB RAM. Ja, das hier ist das System. Eigentlich habe ich hier nur 8 GB RAM angegeben, aber bei mir kommt da irgendwie komisch mehr raus. Aber gut, ist ja nicht so tragisch. So, unser Portainer-System ist ja installiert auf diesem Haupt-Server, sag ich jetzt mal. Wie ihr hier seht, habe ich hier natürlich Docker 1, Docker 2, 3 und 4 noch hinzugefügt als kleine Container auf meinem Procbox-Server. Portainer hat die Möglichkeit, dass wir Environments, also Systeme, dazuschalten. Wir können hier mehrere, besser gesagt, mehrere Server hinzufügen und das hier dann mehr machen. Es ist nämlich so, wenn man jetzt einen Rechner hat, zum Beispiel man hat einen Rechner und der hat, ja, keine Ahnung, iCore 3, hat jetzt nur 8 GB RAM und so und da hat man wenig Speicher. Aber das Ding ist jetzt unser Hauptsystem. Wir können daraus ein Hauptsystem machen, also quasi, wo unsere Portainer-Oberfläche drauf ist. Aber ich hätte gern noch ein paar andere Server, die würde ich gern auch mitnehmen. Jetzt habe ich beispielsweise mal einen neuen Server gekauft. Der hat 256 GB Arbeitsspeicher, der hat 4 Prozessoren drin mit jeweils 16 Kernen und, 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 und. Der hat Power ohne Ende. So, jetzt habe ich hier die Web-Oberfläche, oder besser gesagt, die Admin-Oberfläche von Portainer und habe hier natürlich meine ganzen Einstellungen. So, jetzt möchte ich das aber so machen, dass ich die Rechenleistung von dem anderen Gerät, was ich neu erworben habe, zum Beispiel, hier in das System mit hineinnehme und von hier aus steuern kann. Kann ich machen. Kein Problem. Ich zeige euch mal, wie man das macht. Das ist eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig einfach. So, auf der linken Seite haben wir unsere, ja, Bedienfläche, Oberfläche, Admin-Fläche, ja, Fläche halt. Hier sieht man Environments. So, jetzt gehen wir da rein. Da sieht man schon, hier haben wir Lokal. Also, das ist der Hauptrechner, wo wir jetzt gerade drauf sind, wo unser Portainer läuft. Das ist Lokal. Wir haben hier die Möglichkeit, Add Environment zu machen. Wenn man draufklickt, dann kommt hier so eine kleine Übersicht, ne. Da gibt es natürlich jetzt die ganze Geschichte hier. So, Docker Stand Alone. Jetzt habt ihr zum Beispiel, wie gesagt, im Beispiel nehmen wir, dass wir jetzt einen neuen Server gekauft haben. und das Ding ist ein Monstrum und wir wollen die Leistung von dem Ding natürlich in unserem System hier nützen. Ist nicht ganz ein Cluster, aber so ähnlich wie ein Cluster. Nicht ganz ein Cluster, aber so ähnlich wie ein Cluster. Ja, wir nützen halt einfach die Rechenleistung von dem. So, dann können wir Docker Stand Alone machen. Wir klicken drauf. Bevor wir da weiter machen, gehen wir noch ganz kurz durch. Docker Swarm, ja, könnte man auch machen. Mache ich aber nicht. Communetics, ACI, keine Ahnung, was das sein soll. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Das andere, Nomad oder Cast Cluster. Ja gut, das sind die für Business Features, aber das ist relativ wurscht. Braucht kein Mensch. Wir bleiben hier dabei. Docker Stand Alone machen Start Wizard. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, wie wir das ganze System verbinden können. Die leichteste Version, wie wir das machen können, ist hier über einen Agent. Das ist ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe es aber noch mal ganz kurz mit euch durch. Und zwar einmal Agent, API, eine direkte API Verbindung, ein Socket, könnte man auch machen. Ähm, Edge Agent Standard, puh, sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, was das hier sein soll. Aber gut, ich habe das immer hier rüber gemacht und dabei bleiben wir auch. So, wie machen wir hier weiter? Ganz einfach, wir gehen jetzt hier mal auf meinen Proxmox Server. Ich habe ja hier Container erstellt. Da starte ich mal den hier. Äh, Start. So, gehe ich in die Konsole mal natürlich rein. Ich muss ja auch sehen. Docker 1 Konsole, äh, ja. So, also, dieses System hier, dieser kleine Container, ist nichts weiter als ein Ubuntu. Und da drauf habe ich jetzt Docker und Docker Compose vorinstilliert schon mal. Also, ich habe es mal schon mal vorbereitet. Für den Fall, dass wir das hier machen werden. So, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier überhaupt Nettoos habe. Jawohl, habe ich. So, jetzt machen wir das ganz schlicht und einfach. Ähm. Zuallererst verpassen wir dem mal einen Namen. Wie nenne ich den? Also, ich habe ihn jetzt hier Docker 1 genannt. Äh, ja. Ihr könnt auch da andere Namen vergeben. Ist eigentlich relativ wurscht. Ähm. Ich nenne ihn aber trotzdem mal jetzt Docker 1. So. Okay. Dann die Adresse. Das wäre die IP-Adresse. Und der Port. Den dürft ihr nicht vergessen. So, das wäre hier. Nennen wir das hier. Kopieren. Gehen wir hier rüber. Zack. Doppelpunkt. Und der Port ist 9.0.0.1. So, bevor wir jetzt Connect machen, ne. Werden wir das hier erstmal machen. Man sieht hier schon, man hat das jetzt zum Beispiel Linux und Windows WSL oder Windows WCS. Ne. Wir werden das hier nehmen. Wir kopieren das. Ganz einfach. Das sind so die Voreinstellungen, die wir in den neuen Server, sage ich jetzt mal dazu, dass das ein bisschen leicht erklärlich ist, neuen Server hineinfügen. Also einfügen tun wir hier, also einfügen tun wir hier, bestätigen das. So. Das sieht man schon. Unable to find container agent. Er hat es nicht. Also deswegen bezieht das jetzt selber runter. Da ich aber in diesem Container Docker und Docker Compose schon vorinstalliert habe, geht das relativ schnell und ist auch ganz gut. Und das war es eigentlich auch schon, ne. Wie man sieht, ratzfatz gleich erledigt. Hier wird ein Agent installiert. Also, nochmal zusammengefasst. In dem neuen Server. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Ding hier ein neuer Server ist, ja. Und da wird ein Agent installiert. Und dieser Agent, ne, der übernimmt dann die ganze Arbeit. Also so ist jetzt die einfache Weise ausgedrückt. So. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Mehr müssen wir hier nicht mehr machen. Und wir haben hier schon den Namen vorgefertigt. Das ist jetzt der Docker 1, sagen wir dazu. Die IP-Adresse und den Port. Und wir machen hier Connect. So. Man sieht hier oben gleich, Environment Created, Docker 1, ne. Ist drinnen. Jetzt gehen wir nochmal auf Home. Und tadaa. Man sieht es. Hier ist es schon. Also, lokal ist jetzt das, wo hier unser Proteinersystem läuft. Und dann haben wir noch Docker 1. Ne. Ist ab. Man sieht, ist online, ist connected. Und ja, ist ein eigenes System für sich. So. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wenn wir mit Docker-Images arbeiten. Wir können ja viele, viele Docker-Images immer wieder installieren, deinstallieren, installieren, deinstallieren, testen und, 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 und. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, auf dem neuen Server, also auf dem hier, installiere ich zum Beispiel Datenbanken oder auch ein CMS-System vielleicht oder auch andere Apps. Und das System soll für sich selber laufen dann, wenn man hier rein klickt, zack, dann hat man hier auf der Seite, man sieht das hier, die komplette, ja, die Geschichte für das System selber. Das System hat eine eigene IP-Adresse, das heißt, wir haben ja auch eigene Netzwerk-Adresse, also virtuelle Netzwerk-Adresse natürlich, könnte man natürlich anders machen. Aber man hat dann hier Stacks, Container, Container sind in dem Fall, ja, die Docker-Images oder besser, ja, Docker-Images, Docker-Container, die hier laufen. Man sieht, auf dem neuen Server, den wir jetzt gekauft haben beispielsweise, läuft nur Protainer-Agent, mehr läuft da nicht drauf, das war es auch schon. Und das Ding hier ist ja auch nur dafür da, dass wir eine Verbindung herkriegen, ne, zu unserem anderen System. Okay, so, jetzt haben wir einen mal hinzugefügt und jetzt kommt der, ja, keine Ahnung, irgendeiner auf die Idee und sagt, okay, weiß ich was, ich will jetzt noch einen haben. Lasst euch hier nicht irritieren von diesen Dingern hier, ich habe einfach die Container vom Proxbox hier einfach mal, ja, geklont, geklont habe ich sie. Aber wir können es ja mal anders machen, wir können ja mal hier Optionen, brumm, 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 nein, Ressourcen, hier, speichern, bearbeiten, komm, das bearbeiten, dann machen wir mal einfach jetzt mal, ja, von mir aus 16.000, komm, und dann verpassen wir dem Kerne, sagen wir nur vier Stück, wir sagen okay, ja, gut. Gut, den hier machen wir jetzt auch mal an, starten und den tun wir jetzt auch dazu, hm, machen wir auch. So, gleiches Vorhaben wieder, man muss ja wissen, ähm, zuallererst, wie ist die IP-Adresse, also das heißt, ich melde mich mal an, vorerst, so, dadadadam, konfekt, äh, was tippe ich denn da? Konfekt, so, okay, hier haben wir die 59, jawohl, also, gleiches Vorhaben, wir gehen hier unter Environments wieder, hier sieht man es, und machen Add Environment, dann wieder Docker Standalone, Start Wizard, und dem sagen wir Docker 2, und der hat die IP-Adresse, ähm, nein, halt, ich mach, was mach ich denn da? Ja, ne, hier, nehmen wir die da raus, so, kopieren, und dann wieder den Port mit 9001, so, dann nehmen wir wieder unser Agents System, ne, das müssen wir hier wieder reintun, einfügen, mit Enter bestätigen, kann er wieder nicht finden, natürlich ist ja jetzt in dem Fall wieder ein neues System, also wieder ein neuer Server, den ich jetzt da gekauft und ins Netzwerk reingenommen hab, so, äh, etc., pp, blablabla, okay, passt, dann machen wir wieder Connect, und man sieht, Docker 2 ist auch hinzugefügt, so, wenn wir jetzt auf Home gehen, dann sehen wir, tadaa, hier haben wir zum Beispiel den neuen, den jetzt wir jetzt, was sag ich mal, gestern gekauft haben, man sieht hier, vier CPUs, 16,8 GB RAM, ne, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, also, wir können hier, hier, fast, ähm, einen richtig schönen Cluster erstellen, ne, man könnte tatsächlich einen Cluster daraus machen, ne, das geht auch mit Portainer, ne, das geht tatsächlich, irgendwie geht das, irgendwie geht das, irgendwie geht das, das ging irgendwie unter, ich glaube, Edge Compute, ja, hier geht das irgendwie, hier kann man die Einstellung dann machen, wenn man es aktiviert, dann kommt sie auch irgendwo raus, ehrlich gesagt, äh, müsste ich erst mal ausprobieren, äh, müsste ich erst mal ausprobieren, äh, okay, wie das an sich funktioniert, müsste ich mal erst mal probieren, gut, wir haben jetzt gesehen, man kann auf einem System dann quasi alle anderen Docker Systeme auch hinzufügen, so, wir haben jetzt hier im insgesamt, also insgesamt haben wir hier, wenn man es mal so leidenhaft sagt, drei Serversysteme, ne, der eine hat acht CPU, acht CPU, der andere vier CPU, ne, und wir können auf jedes System, jedes System Container installieren, Docker ist ja nichts weiter als ein Container, ne, man muss sich das vorstellen, hier ist es ein bisschen bildlich dargestellt mit dem Wal und hier oben so kleine Containerchen, jeder kleiner Container hier ist ja ein System, ob es jetzt ein Ubuntu Betriebssystem ist oder ob es, ähm, keine Ahnung, ein anderes Serversystem ist oder was auch immer, oder ein Programm oder, ja, Kamerasoftware, ne, das sind alles kleine Systemchen und die können wir hier natürlich reinpacken, ähm, kleine Randnotiz, man muss immer bemerken oder, sag ich mal, ja, was, na, okay, man muss halt immer so ein bisschen Hinterkopf behalten, einige Systemchen oder einige Container brauchen dementsprechend auch Leistung, wenn ich jetzt einen, zum Beispiel hier den lokalen, als Beispiel nehme, sag, okay, das System hier hat jetzt, ähm, 8 CPU, 8,6 Gigabyte RAM und ich habe da jetzt einen Container drauf, einen Container mit einem, ähm, ja, eine Videoaufzeichnung, sag ich mal, und der soll natürlich das auch irgendwie abspeichern und dies und das machen, da kommt es immer drauf an, was an Speicherplatz erstens das System hat, dann kommt es auch drauf an, welche Leistung es hat und, oder, ob es überhaupt eine Grafikkarte hat, ne, ähm, man kennt es ja, äh, äh, Server-Systeme, ja gut, die meisten Server-Systeme brauchen gar keine Grafikkarte, weil einfach alles über die Web-Oberfläche funktioniert, aber, 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 Portena ist ja was ganz Tolles, wenn ich hier reinklicke, das bin ich beim lokalen, also bei dem System hier drin, sieht man hier, GPU is known, also keine drin, nur ist nichts drin. Ich könnte tatsächlich auch einen Render-Server aufbauen mit, ja, vier Grafikkarten zum Beispiel, die ja auch miteinander verbinden und das System richtig schön herstellen und sagen, okay, wenn ich jetzt 3D-Effekte mache oder ich mache Video-Effekte oder ich mache Videos oder ich mache irgendwas anderes und ich brauche einen Render-Server, dann kann ich das so verbinden und quasi hier ein Cluster-System draus setzen. Ich kann sagen, okay, das heißt jetzt nicht Docker 1, sondern heißt Render-Server zum Beispiel, ne, und das kann dann natürlich auch so sein, dass ich dann dementsprechend auch dem hier die Container übergebe. So, gehen wir mal die kleine Übersicht ein bisschen durch, Stacks auf 0, Container, ist jeweils eins drinnen, das liegt daran, hier beim lokalen haben wir, nochmal reingehen, na, wo bist du, ja, da, Container, ist hier einzig und allein Portainer drinnen, also das Portainer-CI, also die Community-Edition, das komplettes Hauptsystem ist jetzt hier im lokalen. Wenn ich jetzt zurückgehe, man docke eins, da ist ein Container nur Portainer-Agent, also wie wir gesagt haben, die Installation, den Agenten haben wir gemacht, mit diesem Copy-Paste, dass die Verbindung einkommt und nur das ist drin. Ähm, man sieht hier die Übersicht, ne, was ist online, jeweils eins, was ist offline, 0, 0, 0, healthy, also, also, also auf 0, Jell 0 und Volumes. Gut, hier ist jetzt kein Volume drinnen, da ist ein Volume drinnen, weil Portainer selber ist ja ein Volume, ne, also, das heißt, da ist ein Image komplett drin, ne. Ähm, was haben wir hier noch? Da haben wir Bearbeitungsoptionen natürlich, das könnt ihr einfach mal durchklicken und mal gucken, was hier Sache ist. Gut, wir werden jetzt zu einem schönen Ding, zu einem schönen, ja, Part kommen, ne, also einem ganz schönen Part. Und zwar, woher kommen eigentlich die ganzen Docker-Images, ne? Also, es ist ja so, man kann natürlich die umständliche Version machen, man kann jetzt sagen, okay, ich mach das hier wie hier, Docker, Run, etc. und dann Docker-Pull und weiß, weiß ich was alles und dann zieht er mir hier das Image runter, wie hier, Pulling from Portainer-Agent und blablabla, also quasi, man kann es über die Konsole auch machen. So, derjenige, der technisch begabt ist und sagt, okay, ich mach das jetzt so, dann mach das so, gehüpft wie gesprungen eigentlich. Aber man muss halt mal so überlegen, okay, was ist mir einfacher? Also, ich bin da eher so, ich geh den einfachen Weg und zwar gehen wir hier über die Registries. Registries, hier steht es ja schon, Docker Hub Anonymous, das ist halt immer schon gleich mit installiert. Man kann über einen Docker Hub anonym Images ziehen, kann man machen. Da kann man, glaube ich, aber nur, ich weiß gar nicht, nur eine bestimmte Zahl kann man da runterziehen, aber das ist ja auch wurscht. Wir werden jetzt hier mal Docker Hub aufmachen, so, hab ich schon mal drauf gemacht. Und Docker Hub ist, ähm, ja, ein riesen, ähm, Archiv, sag ich jetzt mal dazu, ein riesen, riesen Archiv, wo wirklich viele Docker Images sind. Ne, wenn man unter Explorer geht, dann kann man hier mal rausgucken. Also, es fängt schon an, man sieht hier, 1 bis 25, die erste Seite und dann geht es weiter bis zu 10.000. Also, das sind alles vorgefertigte Images oder vorgefertigte Container, sag ich jetzt mal dazu. Ähm, vorgefertigte Systeme. Ähm, ich könnte hier ein Minimal Docker Image, bla 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 bla, Alpine Linux. Ich könnte jetzt hier Alpine Linux nehmen und das nochmal als Docker Image installieren. Könnte ich machen. Ich könnte Pythonen, Redis, Postgre, also ein SQL Datenbankserver. Node, HTTP, äh, Appetit, äh, Projekt, ja, okay. Mongo, MySQL, Traffic, was gibt es da noch? Ähm, ich könnte doch mal Docker nehmen, Docker in Docker nehmen. Ja, höre ich das ja auch, Docker in Docker. Hm, gut, wer braucht das schon? Ähm, Golang, Registry, WordPress, Debian, CentOS, PHP, Console und, 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 und. Das geht weiter. Das geht weiter, 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 weiter. Also, man sieht hier auch, auf der rechten Seite zum Beispiel, Puls. Also, wie oft wurde das in dieser Woche, hier so, man sieht ja schon die Statistik. Also, das ist Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, wie viel mal es runtergeladen wurde. Nun, der zieht es ja runter hier. Ähm, mehr als wie eine Billion mal. Bah, also, ja, viel. Ja gut, Billion ist im amerikanischen Milliarde, also von dem her, ist ja wurscht, ist ja wurscht. Auf der rechten Seite haben wir hier ein paar Filter, da können wir mal Images, Filtern, ne, man kann hier natürlich Images, man kann Extensions filtern, man kann Plugins, aber Plugins, ne, kann man auch filtern, wenn man das jetzt möchte. Ähm, man muss natürlich mal gucken, was für einen, ja, was man braucht, ne, also was man braucht oder was man will oder was man testen möchte. Dann gibt es natürlich die Docker Official Images, ne, das seien die Offiziellen, die von Docker selber rausgekommen sind. Dann gibt es die Verified, also die verifizierten, zum Beispiel hier Grafana, ist auch was sehr schönes, können wir ja gerne mal probieren. Ähm, Grafana kenne ich mich aber leider nicht aus, daher wird es natürlich ein bisschen blöd, aber da habe ich schon was anderes im Petto, was wir dann probieren werden. Ähm, und dann gibt es noch die Sponsoren, OSS ist auch Open Source, also das heißt auch kostenlos, ne, Jenkins, Radar, Sonar, Linux Server ist ja auch ein ganz großer Anbieter von solchen Images, ne, der hat auch eine ganz große Menge hier drinnen. Ähm, gut, wie kriegen wir diese Docker Images jetzt, diese ganzen schönen Docker Images, die schon vorgefertigt sind, auf unseren Server eigentlich, ne, wie geht das? Das ist eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig einfach. Und zwar, ihr geht's auf Docker Hub, ne, also hier, die Adresse, die tue ich bei euch, äh, oder besser gesagt ins Video, in die Videobeschreibung unten rein, da geht's hier hin und ihr registriert euch ganz einfach, einfach registrieren. Es gibt natürlich, wie bei jedem Anbieter, natürlich auch die Pro, die Team, die Business Edition, ne, etc., pp., aber braucht es hier nicht. Man sieht hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier Personal, also das heißt, ähm, dem, 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 Open Search, klara, Docker Desktop, ja, anwendete Public Repositories, das heißt, ich kann hier so viele Public Repositories nützen, wie ich will, Docker Engine, Kubernetes, Limited Images Pull Day, ja, gut, limitiert pro Tag, wie viele ich downloaden kann oder hier beziehen kann, ist klar, aber welcher normaler Mensch bezieht denn 5000 Images am Tag, ne, also das heißt, welcher normaler Mensch macht das? Das sind eher dann diejenigen, sag ich mal, die, ja, Serversysteme anbieten, ne, also das, S-A-S-Systeme, ne, also das heißt, ich habe einen Server und ich biete meiner Kunden, die Wirtschaft an, ja, ihr könnt hier so, ja, Images installieren und so weiter und so fort, aber 5000 Images am Tag würde ich, ja, kann ich hinkriegen, ich wüsste gar nicht, wohin damit oder was ich damit machen soll, aber gut, continue with free, ja, ich habe free, your email is verified, ja, okay, ich habe es, ich habe mich ja auch hier angemeldet und, ja, mein Benutzernamen, Carntag, so, jetzt gehen wir hier rüber, nochmal auf unseren Container, so, wie machen wir das jetzt? Also, wir möchten ja hier rüber alles holen, das heißt, ich muss ja hier den Registry hinzufügen, also werde ich das hier machen, Add Registry, hier sehen wir natürlich auch die ganze andere Menge, was man machen könnte, hier, man könnte Amazon nehmen, also LSD Container Registry, da gibt es natürlich Quai, Proget, Azure, GitLab und Custom Registry. Custom Registry sind, wenn ihr zum Beispiel Softwareentwickler ihre eigenen Registries haben und ich möchte gerne die Images von denen nehmen, könnte ich das auch machen, ja, auch machbar. So, man sieht hier schon, Docker Hub, habe ich hier eingemacht, dann schreibe ich mal hin, Docker Hub, jawohl, Docker Username, nämlich mein Username, so, Docker Hub Access oder Access Token, ne, wir gehen hier auf unseren Profil, wir haben uns hier registriert, das heißt, ich gehe hier unter Account Settings, dann Security, dann New Access Token, so. Dann gebe ich dir mal ein, sage ich jetzt mal, hm, kann, äh, Tag, äh, ja, gehüpft für Gesprung, äh, Read, Write, Delete, okay, Generate, so. Dann nehme ich hier das hier mal raus, so, kopiere ich das, gehe hier rüber und do das hier rein, Add Registry, so, Registry, such as for created, okay, das brauche ich nicht, so. Jetzt habe ich hier natürlich mein Registry drinnen, ist, ja, und ich könnte, ja, Docker Hub, er nimmt es auch mit bei, aber gut, das ist jetzt wurscht. So, ähm, wir testen das mal, wir werden das jetzt mal testen, und zwar, wir werden etwas Schönes testen, wir testen es mit, hm, was testen wir es denn eigentlich? Ist eine gute Frage. Ähm, wir können das mal mit Paypaless machen. Paypaless, haben wir da, Paypaless NGX. Also, Paypaless NGX ist ein Dokumentenmanagement-System. Ähm, habe ich mal ein Video darüber gemacht, allerdings habe ich das anders installiert, ich habe das auf dem Ubuntu-Server installiert, ähm, ein bisschen komplex habe ich das gemacht, hätte man auch leichter machen können mit Protein eigentlich, naja. Ja, gut, ähm, Paypaless, äh, oder, was heißt Paypaless, ja, Paypaless ist ja dafür da, dass man Dokumente digitalisiert, das heißt, man kann sie einscannen oder da reinhauen und man kann das ganze System archivieren. Ähm, wer mehr Informationen darüber haben möchte, kann sich das mal gerne anschauen, googeln, ne, geht auch. So, man hat jetzt hier, man sieht, Usage, äh, dann Docker, Client und Parameter und etc., pp, man sieht hier, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten oder Einstellungsmöglichkeiten, wie man das System installieren könnte. So, man könnte natürlich jetzt sagen, wenn ich jetzt keinen Proteiner hätte, könnte ich hier mit diesem, äh, Command, also mit diesem Befehl, Docker Pull, äh, etc., pp, hier das so machen. Ja, könnte ich machen, aber wir wollen das ja nicht. Ich kopiere einfach hier mal den Namen, so, komplett, kopieren, gehen, gehe auf mein Container rüber, äh, ich mache die Installation jetzt mal auf meinem lokalen. So, gehe ich mal rein, dann hier auf der linken Seite Container, wie man sieht, hier ist jetzt nichts drinnen, also, was heißt hier nichts, aber das Hauptsystem ist drin, ähm, dann mache ich Add Container, dann kommt das hier mir schon entgegen. Also, wir werden jetzt hier einen Container erstellen, also, so ein, ein Image-Container erstellen. So, man hat jetzt hier da oben die Möglichkeit, den Namen reinzuhauen und da schreibe ich jetzt jetzt hin, Paperless, Noco, ne, einfach nur Paperless reicht eigentlich vollkommen aus. Gut, Registry, Docker Hub, haben wir hinzugefügt, ne, das heißt, ich werde das direkt von hier, vom Docker Hub, auf den Server runterladen und ich tue das jetzt hier mal einfügen. Wir fügen das hier ganz normal so ein. So, man hat hier natürlich auf der rechten Seite noch Search, also, wenn ich draufklicke, öffnet er mir einen neuen Tab und sucht genau nach dem Dingens und der findet das hier auch. Wenn er es hier findet, heißt es, das Ding gibt es auch, ne, das heißt, er kann das auch erreichen und er kann das auch beziehen. Also, runterladen auf euren Server und auch installieren so als Container. Egal, wir machen weiter. Wir können jetzt hier sagen, okay, always pull image. Das heißt, so viel wie, wenn, bei jedes Mal, wenn ich einen Container mache, also hier, dann kann ich das hier so einstellen und sagen auf, okay, äh, lade mir das hier herunter. Wenn ich aber, beispielsweise, das Image schon auf meinem Server drauf habe, dann brauche ich es ja nicht herunterladen. Ne, ist ja klar. Brauche ich es nicht. Aber in dem Fall, ja, brauche ich es ja. Advanced Mode, äh, Webhugs, badam, badam, ja, wir machen Simple Mode. Das ist eigentlich relativ wurscht. So. Wir haben ja hier die Möglichkeit, Network Ports Configuration, also wie die Ports, Einstellungen zu machen. Ähm, ich mache jetzt hier mal, äh, ja, 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 random, passt schon. Dann kann man hier natürlich manual, also die Netzwerk Ports, dementsprechend aufmachen oder weiterleiten, wie man das möchte. Weil, wir haben hier ein virtuelles Netzwerk im Container System oder im Portainer System bei Docker. Das heißt, dass die Ports auch ganz anders vergeben werden nach draußen. Das seht ihr dann, das sieht ein bisschen komisch aus. Ne, aber, ist jetzt relativ wurscht, wer sich damit beschäftigen möchte, kann es gerne machen. Ich lasse das, das brauche ich nicht. Deswegen mache ich das weg. Dann gibt es natürlich die Access Control. Access Control ist dafür da, ähm, ob ich jetzt sagen kann, für diesen Container möchte ich nur, dass der Admin das macht. Oder, ich sage, okay, nö, darf keiner ein, nur diejenigen, die ich es erlaube. Ich mache es aber mal weg. Was ich jetzt komplett mal so. Dann haben wir hier unten noch den Bereich, der Bereich, den nenne ich, ähm, Bereich der unwirren ganzen Geschichten, wo ich graue Haare irgendwann mal bekommen würde mit dem ganzen Zeug. Hier kann man Einstellungen machen, ähm, die ein bisschen ins Detail reingehen, ne, ob beim Command, also am Anfang bei der Installation, ob der noch extra was machen sollte. Volumes, Netzwerkeinstellungen, na, ähm, Environment Awareness, ja gut, das ist wieder was anderes, das kannst du ja klicken, das ist ja wurscht, Layers, Restart Policy, das hier, ist etwas, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, Restart Policy, das ist etwas, wo ich sage, okay, ja, ja, könnte man, müsste man, sollte man wissen. So, hier schauen wir uns mal das an, so, mit dem System, mit Restart Policy meint man eigentlich, wenn, sagen wir mal, unser Server, stürzt ab, es hat jetzt abgestürzt, und, der fährt, wieder jetzt hochautomatisch, ne, das Server geht nach oben, oder, ihr habt es einen Knopf gedrückt, sagt, ah, Mist, aber auch, das Ding muss ich wieder hochfahren, drückt es auf den Knopf, das Ding fährt wieder rum, okay, so, jetzt ist die Frage, was macht dieser Container dann? Soll der, mit gleich hochfahren, also, dann heißt das, always, in dem Fall, das heißt, immer, wenn das Ding neu gestartet wird, oder, der Server, oder, allgemein, Docker hat einen Fehler gemacht, Docker stürzt ab, und startet gerade selber wieder neu, dann, und, fälle, also, wenn ein Fehler ist, oder, bis es gestoppt wird, soll das Ding immer bleiben. Ich mache persönlich immer hier always, das heißt, so viel wie, egal, wenn ich den Server anmache, wann ich den anmache, ist mir wurscht, aber wenn ich den anmache, dann möchte ich, dass dieser Container hier auch gleich mitstartet. Wäre natürlich von Vorteil, wenn es zum Beispiel ein Container ist, der, in dem Fall jetzt PayPal ist, klar, also, das ist ein Dokumentenmanagement-System, das heißt, ich möchte gerne immer darauf zugreifen, weil, es ist natürlich ein Blödsinn, wenn ich jetzt sage, okay, ich, habe das Ding ab und zu mal an und jetzt komme ich nach Hause und ich suche jetzt ein Dokument und ich muss jetzt unbedingt gleich mal im System googeln und schauen, wo ist das und dann muss ich erstmal hier ein paar Minuten warten, bis es den Kopf fährt, ist natürlich ein Blödsinn. Ist natürlich auch vom Vorteil, wenn, wenn ich da jetzt ein Kamerasystem drauf hätte, zum Beispiel eine Videoüberwachung, dann ist es natürlich vom Vorteil, dass das Ding natürlich auch gleich mitstartet, weil, wäre ja ein kompletter Blödsinn, wenn ich jetzt das System nicht mehr hochfährt und meine Videokameras auf einmal nicht mehr funktionieren, also meine Videoüberwachung, wäre es natürlich auch ganz blöd. Gut, wir überlassen das jetzt ja auf Always, dann gehen wir weiter, Runtime, Resource, ja gut, hier gibt es wieder, ja, die Feineinstellungen für das System selber, also das heißt, für den Container. Man sieht hier, es ist schon am Anfang gleich für Memory, also für den Arbeitsspeicher, ne, Reservation, wie viel reserviert wird, also Unlimited, oder man kann es limitieren, oder allgemein, das Limit vom Arbeitsspeicher, Maximum CPU Usage, also vom CPU, wie viel er nützen soll, oder nicht nützen soll, oder wie viel Leistung er einfach nehmen soll. Am Anfang, also besser gesagt, standardgemäß, ist es immer so, dass es immer auf Unlimitiert ist, ist sehr gut so. Wenn ich jetzt einen Container installiere, der zum Beispiel wenig Leistung braucht, und ich weiß das, ich sage, okay, das Ding braucht sehr wenig Leistung, das Ding ist auf Sparflamme, und es schleicht einfach nur durchs System, dann kann ich das auch dementsprechend so einstellen, aber ich mache es nicht, weil es ist nämlich so, ich weiß bei einigen Containern zwar, ja, aber bei den meisten weiß ich eigentlich wirklich, wirklich gar nicht, wie viel Leistung die überhaupt brauchen, da ist es immer vom Vorteil, wenn ich Leistung im System, in meinem Server, dann kann ich das natürlich auf Unlimitiert lassen. Man sieht hier, Enable GPU ist nicht möglich, weil ich habe hier keine GPU im System drin, ist ja klar, ist nichts drin, also von dem her kann ich es auch nicht aktivieren. Gut, dann gehen wir weiter, schauen wir uns das hier an, da sehen wir hier noch ein paar Kleinigkeiten über den Container, was man da an sich noch einstellen könnte, oder aktivieren könnte, besser gesagt, hier geht es wieder ins Detail rein, ehrlich gesagt, ich habe keins von den Dingern hier überhaupt je probiert, deswegen habe ich das immer so gelassen, und ich werde auch jetzt, ja, jetzt mich nicht durchklicken, weil, ehrlich gesagt, ich müsste das jetzt alles mal nachforschen, was hier was ist, wüsste ich jetzt nicht. Gut, kommen wir zum schönen Teil, wir machen Deploy Container. Wenn wir unsere ganzen Einstellungen jetzt gemacht haben, wir sind jetzt vorbereitet, haben gesagt, okay, das passt soweit, ja, so werde ich das haben, etc., und dann legen wir los. Wir klicken einmal drauf, zack, so, dann sieht man hier, Deploy in Progress. So, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, je nachdem, wie groß das Image ist. Also, wir lassen das mal kurz so laufen, gehen wir mal rüber, ob ich hier irgendwo eine Information darüber habe, wie groß das Ding eigentlich sein soll, aber, ich glaube mal, das Ding müsste fast, fast, ein Gigabyte groß sein, so viel ich noch im Kopf habe, wenn ich mich noch dran erinnern kann, ich glaube mal schon. Wie gesagt, Paperless ist ja die, ja, die, die, Dokumentenmanagementsystem, also Digitalisierung. Wir haben es mal, schon mal in einem Video gemacht, oder ich habe es mal in einem Video gemacht, und, ähm, da habe ich es mal gezeigt, wie es an sich so geht. Allerdings habe ich das halt anders installiert, so klar, klar, aber gut, ja, funktioniert hier eigentlich auch, einwandfrei. Ähm, schauen wir nochmal hin, ja, das dauert es ja, wie gesagt, einen kleinen Moment. So, wohin geht jetzt der Container? Der Container geht jetzt auf unserem lokalen System. Man sieht es schon, zapp, 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 hat sich schon erledigt, ist schon da. Man sieht hier Paperless, Running, ähm, wir können das natürlich hier stoppen. Wir können hier draufklicken einmal, also auswählen, und hier können wir natürlich steuern. Wir können stoppen, killen, restart, pause, auch löschen. Können wir auch. Äh, was haben wir hier noch? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist, egal. Ähm, dann haben wir hier Quick Actions, das heißt, wir können hier nochmal reingehen natürlich, und auch die ganzen Einstellungen sehen. Man sieht hier auch, wie, wo, was, woher alles eigentlich kam, und dementsprechend installiert worden ist, wie es installiert worden ist. Ähm, ja gut, hier ist natürlich in Englisch gemacht, man müsste das natürlich alles ändern, ein bisschen. Gut, ist ja jetzt nicht so tragisch. äh, gehen wir zurück. So, created one, hier ist die IP-Adresse, allerdings ist es natürlich jetzt, wie gesagt, die, äh, virtuelle IP-Adresse, die Docker hier vergibt. ne, das liegt daran, dass das Netzwerk hier dementsprechend eingestellt ist. Hier sehen wir die Ports, ne, ähm, wenn ich jetzt draufklicke, zapp, kommt ja gar nichts. Liegt daran, dass hier oben 0,0,0 ist, weil ich ja alles im virtuellen, das habe ich jetzt nicht eingestellt, müsste man einstellen, aber ich mache das jetzt ganz einfach, ich nehme von meinem lokalen Server die IP-Adresse, kopiere das mal, und füge das hier mal ein, wenn ich das mal richtig machen würde, so, und wir haben Paperless installiert, ne, äh, ich glaube, Admin-Admin müsste es sein, wenn ich mich nicht irre, ja, genau, Admin-Admin ist der erste Benutzername, oder Passwort auch. ähm, ja, schnell, und ganz einfach, haben wir jetzt Paperless NGX, also unser Dokumentenmanagementsystem, installiert, und das läuft einwandfrei. Schauen wir uns das nochmal an. Unser Container Paperless, ne, läuft, hier sind die Ports, und man sieht hier auch, den Port habe ich hier, also es ist immer, der erste Port eigentlich, eigentlich ist es immer der erste Port hier, der eigentlich überhaupt irgendwo hingeht, ähm, ähm, ja, es kommt immer drauf an, wie halt die Endung ist, aber gut, äh, das Image, wie es heißt, oder woher es kommt, hier Ownership Public, könnte man auch ändern, ne, könnte man auch ändern, ähm, ich habe es jetzt auf Public gesetzt, dass ich das jetzt zeigen kann, sonst müsste ich nämlich hier User hinzufügen, und, 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 die Freischaltung machen, und das ist wieder so ein Eckmeck, und das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Gut, wir haben jetzt hier Paperless installiert, Paperless funktioniert einwandfrei, wir können jetzt hier ja rum experimentieren, unsere, opa da, unsere Einstellungen machen, wie wir das machen möchten, Benachrichtigungen, gespeicherte Ansichten, etc., pp, Administration, und so weiter und so fort, ne, wir können jetzt hier Dokumente rein scannen, wie wir wollen, können wir mal eins testen, Datei auswählen, sagen wir mal, na, wo habe ich das, irgendwo habe ich hier, Projekt, Ansicht, ich glaube, ich glaube, das hier was mal öffnen, verarbeitete Dokument, können wir mal testen, ob es überhaupt funktioniert, wir haben es zwar installiert, aber, testen wir mal, ähm, wie die Leistung eigentlich ist, das sehe ich hier nirgends wo, muss ich mal gucken, dashboard, sehe ich das, learning, sehe ich nicht, ja, dauert ja eine halbe Ewigkeit, können wir nochmal eins hinzufügen, sagen wir mal technisch eins, Datei hochgeladen, warte, ja, Verarbeitung dauert, gut, verarbeitet hat das, gehen wir mal rein, ja, eine Küchenzeichnung, ist eine PDF mit einer Küchenzeichnung, ähm, haben wir schon mal durchgemacht, ähm, Paperless NGX, ein paar Sachen haben wir mal besprochen gehabt, bezüglich wie, wo, was, alles hier ist, daher gehe ich jetzt darauf nicht ein, aber, wie man sieht, habe ich jetzt drauf installiert, wir sind jetzt wieder im Lokalen drin, und wir können uns das mal anschauen, Images, so, da haben wir Paperless, man sieht es, ach, tatsächlich, 1,2 GB, das ist groß, deswegen hat es ein bisschen gedauert, über das Internet ist zu beziehen, aber nicht so tragisch, so, wir haben jetzt hier, das Image natürlich hier drinnen, ne, wenn das Image nicht verwendet wird, also, wenn es nicht in irgendeinem Container eingebunden ist, dann steht hier hinten dran, unused, also, das heißt, ungenützt, steht drin, ich könnte es natürlich auch löschen dann, ne, allerdings benütze ich es gerade, daher empfehle ich es nicht zu löschen, nicht zu löschen, man kann hier natürlich auch Images, wenn man sie auf dem Rechner selber hat, auch hier selber hochladen, und dementsprechend auch installieren, aber, das ist dann so eher im, ja, Expertenmodus, sage ich mal dazu, und das habe ich jetzt nicht so wirklich, ähm, in petto, aber gut, Volume, ja, Volume ist lokal, klar, logisch, Netzwerke, Stacks auf null, Container sind zwei, man sieht hier auch schon die Übersicht, zwei funktionieren, ne, wenn ich jetzt unter Home bin wieder, und meine Environments, meine Server anschaue, dann sehe ich das natürlich, dass hier oben eins läuft, ne, da sind zwei Images drin, da ist ein Images, die anderen Dinger sind jetzt nicht beeinflusst, weil ich habe auf die ja nichts drauf installiert, ne, habe ich ja nichts gemacht, ähm, gut, das ist eigentlich schon alles soweit so gut, so, jetzt, haben wir mal gesehen, wie wir das alles hinzufügen können, mehrere Serversysteme hinzufügen können, jetzt möchte ich gerne auch mal so, ein Beispiel hervorrufen, und zwar, sagen wir mal, wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, und wir sind jetzt, sagen wir mal, zehn Leute, und von den zehn Leuten sind zwei Programmierer, die Zugriff auf Docker Server Nummer zwei haben sollten, so, ähm, man könnte jetzt, natürlich, Benützer erstellen, klar, man könnte hier ganz normale Benützer hinzufügen, man kann hier auch Teams hinzufügen, man könnte sagen, ähm, hier ist zum Beispiel auch ein Beispiel, Development, Entwicklerteam, man könnte sagen, Buchhaltungsteam, man könnte sagen, Datenbankteam, und, 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 und so weiter, und das könnte man dann so machen, dass man sagt, okay, Team, ähm, Entwickler darf nur auf den Server Docker 2 zugreifen, ne, dass sie dort ihre Installationen machen, dort ihre Container installieren, ihre Tests installieren, und so weiter, und so fort, könnte man machen, ne, das könnte man hinzufügen, im Grunde genommen ist es nämlich so, ähm, Portainer ist ja jetzt hier in dem Fall die Community Edition, also die OpenServe kostenlose Version, es gibt natürlich auch, wie gesagt, die Business Edition, die Business Edition, die kostet ein bisschen was, ähm, wüsste ich aber nicht wie, äh, License, nein, 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 wobei, schauen wir uns das mal an, wollte ich gerade schauen, was das kostet, Pricing Page, schauen wir uns mal an, äh, dann, 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 Home Student, oh ja, ja, oh ja, mhm, mhm, Starter, Home Student, Professional, ja, man sieht schon, man sieht schon, also man kann tatsächlich, äh, mehrere Notes, glaub, erstellen und das, das hat dementsprechend auch gebunden, ähm, auf die Lizenz, gut, wir haben jetzt in dem Fall drei, ja, drei Notes und das ging ja eigentlich ganz gut, ich habe jetzt noch nicht getestet gehabt, was ist Maximum möglich, daher, ja, ist ja wurscht, ist ja wurscht, äh, äh, für unseren Zweck, für den Heim, Nutzungszweck ist eigentlich optimal, normalerweise, ähm, macht man es ja so, dass man irgendwo einen Portainer als, sag ich mal, Benützeroberfläche hat, könnte man auch einen Raspberry Pi installieren, man könnte sagen, okay, ich mache einen Raspberry Pi, ich mache da die Portainer-Oberfläche nur drauf, und ich mache da keine Images drauf, keine Container drauf, ich nutze es nur als Admin-Oberfläche, und dann hole ich mir noch einen Hightech-Super-Server mit, sag mal, von Dell mit, keine Ahnung, ein Terabyte Arbeitsspeicher und 10.000 Prozessoren, und kann dann dort die ganzen Images drauf klatschen, ähm, und dann dementsprechend auch so steuern, könnte ich auch machen, ja klar, aber man weiß jetzt im Endeffekt, wie es funktioniert, ne, ähm, Einstellungen, ja, gut, unter Einstellung hat man natürlich ein paar Sachen, es gibt natürlich einen Snapshot-Intervall, könnte man machen, dass man einen Snapshot immer wieder bekommt, Use Custom Logo, oh, okay, könnte man auch machen, man könnte hier ein eigenes Logo hinzufügen, allerdings habe ich jetzt nirgendwo ein Logo gespeichert im Internet, dass ich das hinzufügen könnte, ja, Login Stream, ja gut, ich könnte hier mit Business Future, könnte ich wieder Login Stream anders machen, beim Einloggen, ne, geht auch, aber gut, brauche ich jetzt nicht, Kubernetes, hat man hier auch, äh, was haben wir noch, Zertifikate, hm, SSL-Zertifikat, gut, könnte man auch machen, klar, klar, wenn man jetzt zum Beispiel das Serversystem über das Internet erreichen möchte, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man ein SSL-Zertifikat hat, könnte man machen, man könnte tatsächlich eins erstellen und hier hochladen und dementsprechend abspeichern, dann hätte man hier natürlich eine, äh, Verbindung, die sicher ist, ne, könnte man auch machen, ähm, aber ich benutze das System eigentlich meistens nur lokal und daher ist es natürlich auch für mich vollkommen ausreichend. so, Backup-Portainer, das hier ist, ähm, ja, die Versicherung für alles, ne, sag ich mal so, man kann die ganze, äh, Portainer-Einstellung als Backup ziehen, man kann es natürlich auch Passwort schützen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Einstellungen hat, die jetzt nicht jeder sehen sollte, dann könnte man natürlich, äh, ein Passwort machen, schützen und dementsprechend dann downloaden. Dann könnte man machen. Äh, es kommt immer drauf an, was für Einstellungen drin sind, je nachdem wird das halt dann auch die Größe ausmachen. Man hat hier natürlich beim Business Future auch, ja, es, äh, irgendwo online zu speichern, natürlich die Möglichkeit. Allerdings haben wir ja kein Business, also von dem her, ja, ist relativ wurscht. Ähm, Authentication hat man natürlich auch. Wir könnten uns hier natürlich über, äh, was ist das? Microsoft Active Directory kenne ich gar nicht. Ist auch wieder sowas komisches, aber gut, ist ja auch wurscht. Ähm, hier gibt es natürlich die Feineinstellung dafür, aber habe ich jetzt bis dato auch noch nicht probiert und da ich es lokal verwende, brauche ich es auch nicht. Edge Computing, ja gut, das ist jetzt wieder die Sache da, was man halt sagt, was ähnlich wie Clustering ist. Also, das heißt, mehrere Computer miteinander so verbinden, dass die ganze Rechenleistung zusammen verwendet wird. Na, das ist natürlich auch machbar. Ähm, habe ich nicht getestet. Habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Aber, aber, könnten wir mal machen. Könnten wir mal machen. Müsste ich mal separat ein Video dazu mal machen. Ihr müsst es mal probieren, wie es funktioniert. Ich habe es jetzt noch nie probiert, aber ich könnte es ja mal probieren und dann könnte man mal das mal durchgehen. Help, ähm, gut, wenn ich hier reinklick, dann komme ich auf die ganze Proteiner-Webseite wieder und da geht es dann weiter mit, ja, Docs und Knowledge Base. Ähm, Notifications. Gut, das sind die Notifications, die halt immer reinkommen, was halt passiert ist, was aktuell war. Authentication Docs, wer sich angemeldet hat zuletzt, ist aber auch, ja, ist ein Business Future, also von dem her. Man sieht schon, es ist jetzt wirklich so, dass Community Edition ein bisschen abgespeckt ist, ne, aber es tut das, was es eigentlich tun soll. Also das heißt, wir haben jetzt hier ein schönes Image installiert auf die IP-Adresse, das Ding läuft, na, wo bist du? Hier, Local. Man sieht hier unser Container, läuft einfach frei und, ja, wir können darauf zugreifen. Wir können jetzt hier eine ganze Menge, ähm, Images reinhauen oder Container reinhauen. Wir können jetzt hier, wie gesagt, Paperless installieren, wir können hier ein Datenbanksystem installieren, wir können dann noch eine ganze andere Menge installieren, aber ist natürlich jetzt, ähm, ja, jedem selbst überlassen, was er alles installieren möchte. Gut. Dashboards, gehen wir mal rein, was ist da? Da steht eigentlich gar nichts drin, das ist das Einzige, was hier ist. Networks. So, das hier ist natürlich jetzt hier, ja, eine sehr, sehr feine Einstellung, sehr feine Einstellung. Ähm, Netzwerkeinstellungen über Docker zu machen, ist natürlich, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, die sich da jetzt nicht so auskennen, es ist eine Herausforderung ein bisschen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ein paar Mal probiert, ich komme da auch irgendwie nicht klar damit, das ist natürlich immer so komisch, ähm, deswegen lasse ich das immer so und, ähm, es funktioniert einmal frei, so wie ich das immer standardgemäß drin habe. Wir können hier natürlich auch Netzwerke hinzufügen, klar. Allerdings müssen wir natürlich eine ganze Menge ausfüllen und dementsprechend auch wissen, wie es funktioniert, ne, vom Bridge, äh, virtuelle IP, Mac, VLAN, Overlay und das alles, das ist wieder so ein Feinschliff. Ähm, ich bin leider kein EDVler und ich kenne mich mit den Details hier nicht so aus, ne, also von dem her, wenn ich da jetzt was rumpfuschen würde, würde es höchstwahrscheinlich falsch sein, ne. Ähm, 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 Hosts, das ist jetzt der Docker Portainer Host, ja, man sieht hier, was die Sache war, Setup, da haben wir natürlich ein paar kleine Feineinstellungen, ne, wir sind jetzt hier im Lokalen, also in dem Hauptserver drin, da sieht man natürlich ein paar kleine Feineinstellungen. Ähm, Host Management Feature, gut, das ist ja immer gegeben, hier ist es immer gegeben, weil wir im Host sind, also im Lokalen sind. Man kann natürlich die Einstellungen auch für jeden anderen auch machen, was geht auch, ne. Äh, äh, dam, dam, ich schaue es mir gerade mal kurz durch, dam, ja gut, das ist alles wieder so feinschle, feinschle, feinschle. Gut, Portainer, ja, haben wir soweit gemacht, ich könnte jetzt hier auch die anderen auswählen, ne, Docker, Docker 2, da ist nichts drauf, gut. Ähm, wir haben jetzt hier mal, wie gesagt, Zusammenfassung mäßig, wir haben jetzt hier insgesamt drei Server, wir haben auf einen Server Paperless installiert, funktioniert einwandfrei, wir haben jetzt hier Docker Hub ein bisschen angeschaut, was da alles so möglich ist, und was man auch machen könnte. Ähm, eine Kleinigkeit möchte ich euch noch zeigen, und zwar, bei Containern, ne, man hat ja die Möglichkeit, wie gesagt, vom Docker Hub zu beziehen, oder auch, ja, je nachdem, was auch immer, wo ihr das beziehen wollt, also nicht im Represoratorium, das wollt's. Man kann natürlich hier auch die Templates nehmen, die hier mal so ein bisschen so voreingestellt sind, könnte man auch nehmen. Hier ist natürlich die Auswahl relativ klein, ne, also man hat jetzt hier nur so ein paar, ne, das sind meistens die Dinger, die am, die sehr oft wahrscheinlich verwendet worden sind, deswegen hat man die einfach hier mit reingehauen, zum Beispiel hier Microsoft SQL Server auf Linux Basis, das heißt ja auch, was, ja, oder MySQL, wird auch sehr oft verwendet, Ubuntu, Debian System, Operating System, kann man hier auch dann direkt mit installieren, als Container Image. Ähm, man kann hier natürlich ein Custom Template erstellen, das ist auch was Schönes, wenn wir hier mal reingehen, dann schauen wir uns mal an. Allerdings, muss ich dazu sagen, ähm, ich hab bis dato noch nie ein Custom Template erstellt, wüsste ich auch gar nicht, warum. Also, ich hab's jetzt noch nie gebraucht. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, hier muss man sich echt gut auskennen, ne, also ich hab jetzt wirklich hier das nicht irgendwie, ja, probiert oder sowas, wüsste ich auch gar nicht, wie ich das machen sollte, ich wüsste jetzt nicht, ja, was da ist. Da kommt's immer drauf an, da geht's immer darum, wenn man zum Beispiel ein Template erstellt hat, man hat ein System vorgefertigt, für sich selber, äh, äh, und personalisiert. Sagen wir mal, ein Docker-Image-System, wo ein Server installiert ist, mit Ubuntu, und da sind bestimmte Apps installiert, und bestimmte Einstellungen schon gemacht, und die möchte ich dann hier reinhauen, und dementsprechend auch hier mitverwenden. Dann ist es natürlich hier vom Vorteil, aber, ich hab sowas nicht, und hab auch nie sowas gemacht, und daher kann ich euch da leider nicht helfen, und auch nichts zeigen. Aber gut, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr das wisst, wie es geht, dann, ja, einfach mal probieren. Okay, das war's eigentlich auch schon mit Portainer, Community Edition, ja, Möglichkeiten sind zwar viel, sehr viel, aber auch, ähm, ja, ein bisschen begrenzt, ein bisschen begrenzt. Weil, wie gesagt, Business Edition, klar, die wollen ja auch Geld verdienen, kein Mensch programmiert heutzutage irgendetwas, so lange, und so viel Zeit, und will da am Ende nichts verdienen, klar. Aber für den normalen Benützer zu Hause, reicht es vollkommen aus, und es bietet uns eine ganze Menge Möglichkeiten. Das ist klar. Ich kann euch nur ans Herz legen, einfach mal probieren, ähm, probieren geht lieber studieren, nach dem Motto, ne. Ähm, die Kleinigkeit, möchte ich euch noch was zeigen, und zwar, ich habe jetzt, hier in dem Fall, ist Docker, Portainer, das ist das Hauptsystem, da wo der Portainer jetzt drauf ist, das lokale System. So, wenn ihr zu Hause einen Proxmox-Server habt, ne, und ihr macht es auf eurem Proxmox, und habt es dort euer System installiert, dann empfehle ich euch, wahnsinnig, wahnsinnig möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr Backup macht. Also immer ein Backup machen, vielleicht auch sogar ein, so Intervall Backups machen, so nach dem Zeit gesteuerten System, so einmal die Woche oder sowas, ihr könnt es hier machen, einfach, ne, weil, alle Einstellungen, die ich hier hier macht, oder alle Images, die ihr hier reinladet, die landen, also was auf Lokal ist zumindest, landen ja alle hier in diesem Container von Proxmox drinnen, ne, und hier ist alles drin, das heißt, ihr könnt dieses System als Backup ziehen, oder als Backup speichern, und falls dann irgendetwas passiert, dann könnt ihr es hier einfach wieder hochladen in euren Proxmox, und dann neu installieren, einen neuen Container erstellen, und dann hat sie euer System wieder einsatzbereit, mit euren Einstellungen, mit Benutzereinstellungen, und so weiter und so fort, ne. Klar gibt es hier auch die Backup-Version, oder Backup-Einstellungen vom Container selber, aber, ich mache das immer für mich persönlich so, dass ich das immer hier als Backup ziehe, dann habe ich das gespeichert, und gut ist, ne, also, weil ich weiß ja nie, ob ich jetzt hier irgendetwas fabriziere am Ende, und mache ein Backup, und das Backup ist auch fehlerhaft. Backups kann man nie genug haben, Backups sind immer gut, man kann ja auch von Proxmox, gibt es ja auch ein Backup-Server-System, also das ist jetzt die WM-Version, also hier kann ich ja virtuelle Maschinen und sowas erstellen, ich kann hier auch Backups machen, klar, es gibt aber auch einen Backup-Server von Proxmox-Server, wenn man das haben, oder hat, oder man hat zu Hause mehr Server, dann kann man das auch machen, kann man auch machen, gar kein Problem. Okay, Portainer, das war es eigentlich auch schon, mehr habe ich hier leider nicht zu zeigen, leider wenigstens, ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, die Möglichkeiten ein bisschen erläutern, was man damit alles machen kann, und welche Möglichkeiten es sind. Ich hoffe, ihr Docker Hub hilft euch, mit euren Projekten, mit euren Spielereien, mit eurem Home-Lab, sage ich mal, weil man kann hier tatsächlich alles mögliche installieren, was man braucht, oder man gerne hätte. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn das Video euch gefallen hat, und kommende Videos nicht zu verpassen, einfach meinen Kanal abonnieren. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, und wünsche euch viel Spaß, mit Portainer. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.